Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zur vierten digitalen Woche in Dortmund. Und ehrlich gesagt, ich freue mich richtig darüber, dass ich diese digitale Woche als Oberbürgermeister der Stadt Dortmund eröffnen darf. Das ist etwas Schönes und macht mich auch ein bisschen stolz, dass mein erster Arbeitstag mit Ihnen sozusagen verbunden ist. Aber wir leben in außergewöhnlichen Zeiten. Normalerweise würde ich jetzt Dortmund in einer Halle auf der Bühne stehen und Sie wären dabei und wir hätten ein Eröffnungsevent. Das ist in diesem Jahr nicht der Fall, sondern ich grüße Sie sozusagen über diese Botschaft. Aber ich bin sicher, es kommt trotzdem an und Sie verstehen, dass wir die digitale Woche tatsächlich richtig digital in diesem Jahr gemacht haben, noch digitaler, als wir in den letzten Jahren schon unterwegs waren. Denn das mussten wir auch kurzfristig entscheiden, dass auch die Formate, wo wir mit mehreren Menschen eine Art Sendeanstalt aufgebaut hätten, dass wir das dann nicht gemacht haben. Sondern jetzt in kleineren Gruppen, in ganz verschiedenen Foren, in über 150 Veranstaltungen allerdings auch wieder, digitale Themen miteinander digital besprechen, erörtern. Und ja, es wird auch gearbeitet. Denn auch das ist möglich. In digitalen Formaten kann man miteinander Dinge erarbeiten, ohne dass man losfahren muss und sich treffen muss. Und ja, insofern glaube ich, seien Sie sich sicher, dass was wir hier machen, ist Zukunft. Denn wie immer jetzt die harten Wochen des Novembers aussehen werden. Und egal, wie schnell es uns gelingt, das Infektionsgeschehen wirklich zu drücken. Wir werden auch dann, wenn Corona nicht mehr diese Bedeutung hat, wie es jetzt hat. Über digitale Kommunikation weiter reden. Insofern ist das vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, darüber zu reden, Maßstäbe zu setzen. Maßstäbe dafür, dass man miteinander arbeiten kann. Dass es nicht so ist, dass einige sagen, ich kann die Videokonferenzen nicht mehr sehen. Sondern, dass wir gemeinsam in Überlegungen kommen, wie die Formate, die wir aus der realen Welt kennen, jetzt verbunden werden mit digitalen Möglichkeiten. Denn, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, das wird sowieso die Zukunft sein, dass digitale Steuerung von Produktions- und Prozessverfahren, digitale Prozesse in der Produktgestaltung auch letztendlich zu digitalen Formaten in der Kommunikation führen werden. Ja, und es wäre ja nur zu gut, wenn Dortmund bei diesem Prozess vorne dran ist. Und das sind wir. Und deswegen wollen wir diese Position eher auch halten und ausbauen. Und das wird in den nächsten Jahren einen erheblichen Schub geben in digitalen Veränderungen. Und Dortmund ist halt vorne dabei. Darüber freue ich mich ganz besonders. Deshalb wünsche ich Ihnen jetzt in dieser ganzen Woche viele gute digitale Gespräche, viele Verbesserungen und Erweiterungen des Wissens, vielleicht auch hier und da tatsächlich neue Geschäftsabschlüsse, neue Netzwerkkontakte, so dass es auch für Sie am Ende dieses Jahres so gut läuft und das nächste Jahr auch für Sie dann ein Jahr zum Durchstarten wird. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir sehen uns. Dankeschön.